Bitte abonnieren meinen Kanal, schreiben Sie einen Kommentar, aktivieren Sie die Glocke. Konto eröffnen Betreff Konto eröffnen München, den 1. Januar 2000 Sehr geehrte Frau Maria Ich schreibe Ihnen, weil ich ein Konto bei der Bank eröffnen möchte. Ich bin 45 Jahre alt und seit 20 Jahren bin ich verheiratet. Seit 10 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Deutschland. Ich bin kürzlich nach Köln umgezogen, weil ich eine neue Stelle hier gefunden habe. Ich würde gerne wissen, was ich bezahlen muss, um ein Konto zu eröffnen und wie lange es dauert, ein Konto zu eröffnen. Könnten Sie mir bitte einen Termin vereinbaren? Die beste Zeit ist für mich zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, egal welcher Wochentag. Sie rufen mich einfach an, meine Handynummer ist 0123456. Ich hoffe, dass Sie mir so schnell wie möglich antworten. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen Julia Schreiben Weil Das Konto Die Bank Eröffnen Seit Verheiratet Leben Kürzlich Umziehen nach Die Stelle Finden Bezahlen Dauern Der Termin Vereinbaren Die Beste Zwischen Egal Der Wochentag Anrufen Die Handy-Nummer Wollchen Vielen Dank.